Egal, ob du dich für die TLC B2 oder den Goethe B2-Prüfung entscheidest, Doppelkonnektoren spielen eine große Rolle in deutschen B2-Prüfungen und sind für Deutschlandende wichtig. Doppelkonnektoren sind ein wesentlicher Bestandteil der B2-Sprachkompetenz und werden in verschiedenen Prüfungsteilen bewertet. Schriftlicher Ausdruck Die Verwendung von Doppelkonnektoren zeigt eine fortgeschrittene Sprachbeherrschung und verbessert die Textstruktur. Wenn man den Schreibteil der B2-Prüfung macht, sollte man mindestens einmal Doppelkonnektoren nutzen. Mündlicher Ausdruck Doppelkonnektoren helfen, komplexe Gedanken präzise und flüssig zu formulieren. Leseverstehen Das Verständnis von Texten mit Doppelkonnektoren wird oft geprüft. Hörverstehen Die korrekte Interpretation von Aussagen mit Doppelkonnektoren ist entscheidend. Jetzt, wo du weißt, wie wichtig Doppelkonnektoren für die B2-Prüfung sind, ist es Zeit, sich auf die Vorbereitung zu konzentrieren. Strategien für Prüflinge Erinnere dich an die Bedeutung der häufigsten Doppelkonnektoren, damit du sie im Lese- und Hörverstehen verstehst. Wähle ein paar Doppelkonnektoren aus, lerne ihre Bedeutung, den passenden Kontext und die Grammatik dazu. So kannst du sie im Sprechteil und im Schreibteil problemlos anwenden. Wichtig, wenn du die TLC-B2-Prüfung machst. Wegen des Teils, Sprachbausteine, ist es sinnvoll, alle Doppelkonnektoren und ihre grammatische Verwendung zu lernen. Alles klar, dann lass uns jetzt die Doppelkonnektoren lernen. Lass uns die drei Hauptarten von Doppelkonnektoren anschauen. Sie sind wie Werkzeuge, die dir helfen, deine Gedanken besser auszudrücken. Addition und Inklusion Diese Doppelkonnektoren helfen dir, Ideen oder Informationen hinzuzufügen. Alternativen und Auswahl Mit diesen Konnektoren kannst du verschiedene Möglichkeiten ausdrücken. Gegensatz und Korrelation Diese Art von Doppelkonnektoren wird benutzt, um Gegensätze oder Beziehungen zwischen Ideen auszudrücken. Wenn du diese Doppelkonnektoren in deinen Sätzen verwendest, wird deine Sprache vielfältiger und ausdrucksstärker. Das ist besonders wichtig für die B2-Prüfung. In der Kategorie Addition und Inklusion finden wir zwei wichtige Doppelkonnektoren, sowohl als auch und nicht nur, sondern auch. Beide drücken aus, dass A und B zutreffen. Der Unterschied liegt darin, dass nicht nur, sondern auch den zweiten Teil besonders betont. Achte auf die Kommasetzung. Bei nicht nur, sondern auch steht ein Komma vor, sondern sowohl als auch kommt ohne Komma aus. Sowohl als auch. Beispiele Sowohl meine Schwester als auch mein Bruder studieren in Berlin. Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch fließend. Wir müssen für die Prüfung sowohl Grammatik als auch Vokabeln lernen. Nicht nur, sondern auch. Beispiele Sie ist nicht nur freundlich, sondern auch sehr hilfsbereit. Das neue Auto ist nicht nur schnell, sondern auch sehr sparsam im Verbrauch. Um die Prüfung zu bestehen, braucht man nicht nur gute Deutschkenntnisse, sondern auch effektive Lernstrategien. Kommen wir nun zur Kategorie Alternativen und Auswahl. Diese Doppelkonnektoren helfen uns, verschiedene Möglichkeiten oder Optionen auszudrücken. In diese Gruppe gehören Entweder-Oder und Weder-Noch. Mit Entweder-Oder zeigen wir, dass eine von zwei Möglichkeiten zutrifft. Weder-Noch benutzen wir, wenn keine der genannten Optionen gilt. Wichtig ist, bei diesen zwei Doppelkonnektoren brauchen wir normalerweise kein Komma. Nur bei längeren oder komplizierteren Sätzen können wir zur besseren Verständlichkeit ein Komma setzen. Entweder-Oder Beispiele Am Wochenende fahre ich entweder nach Berlin oder ich besuche meine Eltern. Entweder du kommst mit oder du bleibst zu Hause. Entweder du lernst für die Prüfung oder du riskierst, sie zu wiederholen. Weder-Noch Beispiele Ich habe weder Zeit noch Lust ins Kino zu gehen. Das Restaurant bietet weder vegetarische noch vegane Optionen an. Sie hat weder ihre Hausaufgaben gemacht, noch hat sie für den Test gelernt. Die Kategorie Gegensatz und Korrelation umfasst Doppelkonnektoren, die uns helfen, Unterschiede oder Zusammenhänge auszudrücken. Lass uns vier davon näher betrachten. Zwar aber Dieser Doppelkonnektor ermöglicht es, zwei widersprüchliche Ideen zu verbinden. Du kannst frei wählen, ob du mit der positiven oder negativen Aussage beginnst. Einerseits, andererseits Wir benutzen es, um zwei verschiedene Aspekte einer Sache zu betrachten. Teils, teils Wir benutzen es, wenn etwas teilweise so und teilweise anders ist. Jedesto Umso Das hilft uns zu beschreiben, wie zwei Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Wenn sich das eine verändert, verändert sich das andere auch. Merke dir, bei all diesen Doppelkonnektoren setzen wir ein Komma zwischen den beiden Teilen. Zwar aber Beispiele Ich mag zwar Pizza, aber heute habe ich keine Lust darauf. Zwar sind Doppelkonnektoren für viele Deutschlandende schwierig, aber sie machen Sätze eleganter und präziser. Zwar habe ich gestern Doppelkonnektoren geübt, aber ich muss sie noch besser anwenden lernen. Einerseits, andererseits Beispiele Einerseits finde ich die Stadt spannend, andererseits vermisse ich das ruhige Leben auf dem Land. Einerseits gefällt mir das Angebot, andererseits bin ich nicht sicher, ob es das Richtige für mich ist. Einerseits macht der Job Spaß, andererseits ist er sehr stressig und anstrengend. Teils, teils Beispiele Kommen wir zu den Kommaregeln bei Doppelkonnektoren. Es gibt drei Hauptgruppen. Dann zentrieren wir uns auf das Wichtigste. Ein Komma ist immer nötig bei Gegensatz und Korrelation plus nicht nur sondern auch. In allen anderen Fällen verwenden wir normalerweise kein Komma. Mit dieser vereinfachten Regel fällt es uns leichter, Doppelkonnektoren korrekt zu benutzen und unsere Texte richtig zu strukturieren. Fällt dir das Merken noch schwer? Kein Problem. Wir haben ein Lied für dich gemacht. Sing einfach mit! Zwar, aber Komma da Einerseits so, andererseits klar Teils, teils und jemtus Desto schneller kriegst du den Boost Nicht nur sondern auch Komma fest Bei diesen fünf machst du den Test Merke dir's, dass die Klappe nu Mit Komma kommt die Struktur dazu Ach, doll lassen das Komma weg Ganz entspannt, das ist ja Zweck Doch bei diesen, ach wie fein Muss das Komma immer rein Doppelkonnektoren Hauptsatz gegen Nebensatz Flexibel einsetzbar in Haupt- und Nebensätzen Zwar aber und einerseits andererseits Speziell für Nebensatz-Hauptsatz-Kombination Je, desto, umso Je beginnt den Nebensatz Nur in Hauptsätzen Alle übrigen Doppelkonnektoren gehören in diese Kategorie Mit diesem Wissen können wir unsere Sätze besser strukturieren Jetzt kennst du die wichtigsten Doppelkonnektoren für die B2-Prüfung Was ist dein bester Tipp zum Lernen von Doppelkonnektoren? Teile ihn unten in den Kommentaren Viel Glück bei eurer B2-Prüfung! Du brauchst die Prüfung Ich weiß, du schaffst das Mit deiner Power und viel Spaß Du bist bereit, jetzt geht los Mit deinem Wissen geht's ganz groß Du hast gelernt, Tag für Tag Jetzt kommt der Moment, den jeder mag Die Prüfung ist da Doch du bist entspannt Denn du hast alles in der Hand Bis depbenden Sonst Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao